Hallo Freunde, kurz vor allem von einem Boss, kurz vor allem meine Freunde, Ufo30 anfühlt sich im Graffiti-Krieg, er hat irgendwie Stress mit den anderen Schuhen, beleidigt sich, sag mal Ufo, ich dachte du willst Karl Lagerfeld des Raps werden, man möchtest jetzt hier auf Mode setzen und jetzt machst du wieder einen auf Graffiti, man, zuerst sagen, ey, willst du nicht oldschool sein, kein Berliner 4 machen und jetzt willst du wieder oldschool sein, entscheide dich doch mal, willst du wirklich hier den Monk machen und irgendwie Picasso, Picasso sein und auf U-Bahn irgendwas drauf schmieren, ich verstehe ja die Kunst dahinter nicht, willst du Ufo361 in bunten Farben da irgendwie sprühen oder ist das das Hippietum, ich verstehe nicht, was bei dir los ist, man, was denn so geil irgendwie in kalten U-Bahnschächten mit Taschenlampen irgendwelches an die Wand sprayen oder irgendwelche U-Bahn-Züge anzusprayen, ist doch langweilig, früher wo man broke war und keine Kohle hatte und eine lange Wangele hatte, kann ich das ja verstehen, aber du bist so reich verdammt und hast du gar nicht mehr nötig, wozu machst du das, hast du Langeweile, kauf dir doch eine Mauer und dann sprühe da irgendwas hin und fertig, Okay meine Freunde, jetzt fass ich wieder früher ein Boss, abonniere gleich nicht vergessen, meine Freunde bis zum nächsten Mal meine Freunde